Hast du auch eine Spiegelreflexkamera und weißt nicht richtig, damit umzugehen? Wirst du vielleicht deine Kamera die meiste Zeit im Vollautomatikmodus, weil dein Kamerahandbuch viel zu komplex ist und du auch keine Lust hast, alle dicken Fotografiehandbücher zu lesen? Kennst du das, dass dein Bild vielleicht meistens viel zu dunkel ist, auch noch unscharf und verwackelt und dass es vielleicht sogar eher aussieht wie von einem Smartphone statt von einer Spiegelreflexkamera? Pass auf, dann habe ich was für dich. Mein Name ist Tom Guffler und ich bin leidenschaftlicher Kinderfotograf und Vater eines 6-jährigen Sohnes und ich zeige dir die Abkürzung zu emotional hell leuchtenden Fotos. Klicke jetzt auf den Button und hol dir meinen kostenlosen Videokurs und ich zeige dir die 6 häufigsten Fehler, die wirklich 95% aller Eltern beim Fotografieren machen. Wenn du dein Kind liebst, so wie ich und auch solche emotionalen Erinnerungsfotos von deinem Kind haben möchtest, dann lerne von mir, wie du mit meinem 7-Schritte-Schnellsystem zu 7-mal besseren Fotos kommst. Ich habe den einzigen Online-Fotoflust für Eltern erstellt, indem ich dir von A bis Z alle Schritte per Videoanleitung zeige, wie ich meinen Arbeitsablauf optimiert habe. Ich zeige dir alle Schritte, wie ich die Kamera einstelle, das Objektiv, wie ich das Licht lese, wie ich die Bilder bearbeite und auch bis zur Bildpräsentation auf einer kleinen Leinwand. Und all das zeige ich dir, indem du mir einfach über die Schulter schaust. Ich nehme dich quasi bei der Hand und wenn du all diese Schritte nachmachst, bekommst du in sehr, sehr kurzer Zeit auch genauso perfekte Bilder wie ich. Ich möchte alle Eltern noch dich begeistern mit meinem Herzensprojekt für emotionale Kinderbilder, bei denen auch Oma tatsächlich die Freudentränen kommen. So ist es auch bei uns, denn wir schenken regelmäßig Oma und Opa diese kleinen Leinwände für 4 Euro. Und so können wir auch an der Entwicklung unseres Sohns Moritz regelrecht teilhaben. Ja, ich komme gerade wieder von einem Fotopoaching mit Eltern und es ist tatsächlich immer wieder so, es sind immer wieder die gleichen 6 Fehler, die von den Eltern gemacht werden. Und genau aus diesem Grunde habe ich eben auch diesen kostenlosen Videokurs entwickelt, um möglichst vielen Eltern meinen Herzensprojekt näher bringen zu können. Dieser Kurs kostet normalerweise 27 Euro und ich biete ihn dir heute umsonst an und deswegen drücke jetzt hier auf den Button unterhalb dieses Videos und hole dir gleich meinen Kurs. Wir gehen gleich zusammen in mein Studio und ich werde dir am Rechner ganz konkret an praktischen Beispielen zeigen, wie du diese 6 Fehler am besten vermeiden kannst. Außerdem werde ich dir beweisen, dass du keine große Spiegelreflexkammer und keine teure Spiegelreflexkammer brauchst, denn ich habe sogar mit dieser 10 Jahre alten Spiegelreflexkammer alle Bilder im Kurs gemacht. Zusätzlich zu diesem Videokurs zeige ich dir in meiner E-Mail-Serie spannende Übungen, wie du auch deinen Blick für die Bilderschärfung kannst und ich werde dir auch einige Insider-Tipps verraten, die die Fotoindustrie am liebsten geheim halten würde. Ich weiß, dass dir die meisten dieser 6 Fehler gar nicht wirklich bewusst sind und ich verspreche dir, dass du nach diesem Videokurs deine Kamera nicht mehr aus der Hand legen möchtest, denn das ist auch das Feedback, was ich von meinen Teilnehmern, die meisten von Müttern bekomme, dass sie sagen, sie kleben regelrecht am Bildschirm und kommen von dem Kurs nicht mehr los. Also, hol dir jetzt diesen kostenlosen Videokurs, indem du unterhalb dieses Videos auf den Button drückst und wir sehen uns gleich im Videokurs. Mich hat dein Videokurs meiner Kamera echt wieder näher gebracht. Die 6 Fehler waren mir gar nicht so bewusst, aber jetzt weiß ich endlich, worauf ich überhaupt achten muss. Merke auch schon echte Verbesserungen. Ich bin auch total begeistert von deiner liebevollen Kursaufmachung.